So, Ladies and Gentlemen, diese Schlange sieht gut aus. Oh, shit! Okay, das ist länger, als ich dachte. Damn! Oh, shit, bro. Vor vier Jahren habe ich zum ersten Mal ein YouTube-Video über In-N-Out gemacht. Das Ding hat halt doch irgendwo seinen geilen Style. Das war auch einer meiner ersten Food-Reise-Videos überhaupt. Ja, schön viel. Seitdem haben wir sehr viele Burger gegessen. Und nicht nur Burger, wir hatten das Glück, uns durch die halbe Welt probieren zu dürfen. Und dabei habe ich mir immer wieder die Frage gestellt, wie wäre es, Essen nicht nur in der virtuellen Welt zu probieren, sondern auch in der echten anzubieten. Und sozusagen ein Stück Food-Tour zu euch zu bringen. Dieser Mann hat Amerika nach Kreuzberg gebracht. Die Entscheidung war auf jeden Fall nicht... Die Entscheidung war nicht einfach. Die Entscheidung war auf jeden Fall nicht einfach, welche Speise wir aus der Welt als erstes bringen sollten. Aber es musste auf jeden Fall was sein, womit ich mich so gut auskenne, dass ich garantieren kann, dass das gut wird. Von mir kriegst du noch... Also haben wir gesagt, wir starten mal langsam mit Burger. Hey, wer hat diese Burger gemacht? Und wir haben an einem Ort besonders viele Burger probiert. Dort gibt es für mich zum einen die besten Smash-Burger der Welt, aber auch diesen oldschool, klassischen Kalifornien-Tomate-Salat-Zwiebel-Burger. Der auch so ein bisschen an einen Krabben-Burger oder an den Burger erinnert, den man sich gemacht hat, als man zum ersten Mal Burger gemacht hat. Und diese zwei Burger wollte ich vereinen. Ich wollte einfach mal grundsätzlich reinfragen, ob ihr Bock hättet, dass wir mal für einen Tag oder so einen Burger bei euch anbieten sollen. Und weil mir klar war, dass ich das niemals alleine schaffen würde, brauchte ich Hilfe. Und dafür kam nur ein Team in Frage. Und dann haben wir begonnen, Burger zu braten. Mit einem Patty, mit zwei Patties. So ist ja kein Apfel. Drei Scheiben Käse, zwei Scheiben. Tomate, Salat, Zwiebel in dieser Reihenfolge. Grilled Onions oder karamellisierten Zwiebeln. Eigene Pickles gemacht, die noch saurer, noch salziger sind und besser zum Salat passen. Den Burger auf- und abgebaut. Meine Damen und Herren, das sind die ersten Versuche von Star Burger. Ey, das fühlt sich gerade gut an. Dann hat Vladi einfach eine überkrasse, pikante an For The Win. Das ist einer meiner Lieblings-Smash-Burger-Läden in L.A. Bei diesem Burger ist es die Soße für mich. Die Soße ist recht schön. Das ist auch die Soße in Kombination mit drin. Das ist auf jeden Fall einer der besten Burger, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Erinnern an der Soße entwickelt. Der Spezialsoße sein, die wir hier jetzt länger erprobt haben. Da ist Mayo drin, da ist Senf drin. Da ist unsere Special-Zutaten, auch Butter drin, aber auch verschiedene Chilisoßen. Und auch ein paar Geheim-Zutaten, wie immer. Das Ganze hat drei, vier Monate gedauert und der Burger war fertig. Und das ist für mich jetzt nicht der beste Burger Deutschlands. Oder der perfekte Burger. Sondern einfach ein Burger, der sehr viel Spaß gemacht hat zu entwickeln. Die Ficke sind, das werdet ihr merken, in den Burger heilt. Und der uns einfach extrem gut schmeckt. Einfach ein Burger von vielen. Der ist geil, Mann. Hört so. Geile Textur auf jeden Fall. Und am Ende musste er nur noch euch schmecken. Und ich bin sehr glücklich, sagen zu können, dass dieses Projekt unterstützt wurde von Finanzguru. Unser digitaler Finanzassistent. Ich selber nutze Finanzguru schon seit drei Jahren. Und das ist einfach die perfekte App, um Überblick über deine Einnahmen und Ausgaben zu erhalten. Nicht nur, wie viel du ausgibst, sondern wie viel du für was ausgibst. Und glaub mir, man schätzt sich da selbst gern falsch ein. Das Coolste ist, Finanzguru zeigt dir automatisch alle laufenden Verträge. Also beispielsweise das Fitnessstudio. Und dass du schon seit fünf Monaten nicht mehr gehst, aber seit fünf Monaten bezahlst, steht hier. Und du kannst es direkt in der App rechtskräftig kündigen. Boom. Du kannst dir eigene Budgets erstellen, wie shoppen, Freizeit, Essen gehen. Und siehst zu jedem Zeitpunkt im Monat, wie viel du noch ausgeben kannst, ohne dein Ziel zu überschreiten. Die App ist erstmal komplett kostenlos. Einfach runterladen, anmelden, Konten verknüpfen, du kannst starten. Und dann gibt es noch für 2,99 im Monat Finanzguru Plus, wodurch du noch mehr Analysefunktionen hast und Smart Budgets. Und ratet mal, wer für Neukunden einen drei Monate gratis Finanzguru Plus Code für euch hat. Ladet euch die App über den ersten Link in der Videobeschreibung runter, verknüpft eure Konten und gebt den Code LUCAS3 ein. Wie gesagt, komplett gratis, ohne verstecktes Abo. Und ihr supportet unseren Kanal und unsere weiteren Projekte. Hey, 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 was machst du das? Wir wollten aber nicht nur den Burger zu euch bringen, sondern das volle Erlebnis. Also haben wir einfach für einen Tag ein Restaurant erfunden. Eigene Boxen, eigene Papiere, eigene Cups, eine Karte. Ganz Wien ist eskaliert. Ferdi hat jetzt einen Flug gebucht. Ich habe es mit Screenshots geschickt. Das gesamte Restaurant zu Star Burger für einen Tag umdekoriert. Das sieht ja crazy aus. Die erste Star Burger Filiale. 1994. Es sollte auch eigentlich nur ein Tag sein, aber Vladi hat mich überredet, ob ich am 1.6. ganz wichtig, 1.6., das ist in einer Woche, bei Burger Mania nochmal Star Burger mache. Ja, Baby, ja, Baby. Sogar weiß in den Sternen, das ist richtig krass. Das ist doch geil, oder? Das sieht gut. Warmsinn auch richtig. Übrigens ist von letzter Woche genau ein Crew-Shirt, natürlich ungetragen, übrig geblieben. Das verlosen wir gerade auf Instagram. Schaut auf jeden Fall vorbei, das Gewinnspiel geht noch ein bisschen. So mal festhalten, wow. Zeig mal das Bild, Alter. Wow. Also hatten wir einen Burger, wir hatten das Restaurant. Krass, Digga. Und dann bleibt er noch so, ne? Ja. Und wir haben euch allen gesagt, kommt vorbei, wir machen euch Burger. Oggi darf den ersten Burger. Wirklich? Wenn du ganz am Anfang da bist, wenn er öffnet ist, dann kriegst du den ersten Burger. Oh mein Gott, ich kriege den ersten Burger? Ja. Oh mein Gott, ich freue mich, Alter. Ey, das ist eine Ehre für mich, ne? Also du hast gerade ein Wort gegeben, Lukas, vor ganz Deutschland. Er gibt am Ende Nervosität. Jetzt ruft Holle an. Holle 2196719. Peace, Freunde, was geht und guten Morgen. Guten Morgen, Mats. Das ist krass. Was habt ihr gemacht, Alter? Wir haben die gekämpft, Junge. Junge, Junge, Junge. Aus Valencia, oder? Genau. Einfach in den Flieger gestiegen. Ja. Du bist crazy, Alter. Was geht? What up, läuft. Mein Team läuft stabil. Yeah. Ganz Berlin-Mäster von Bischof, oder hast du gehört? Mit dabei Randy G. Mit dabei Ozan G. Der Döner unter den Burgern. Den Berliner Zeitungen. Niemals. Oh. Sagt, die kaufen dir keinen Burger, du kannst keinen Undercover-Test machen. In der Schlange habe ich schon alle bestochen. Ach so. Nee. Wer macht überhaupt ich? Ich persönlich. Nein. Machst du den ersten Burger? Natürlich, Alter. Du gibst mir gerade Spongebob-Vibes. Aber dass du Spongebob bist, Bro. Vielleicht kriegst du den zweiten Burger jetzt. Klar. Der letzte XL gefunden. Ich fühle mich wie der Kossenkrabbe immer noch. Wehe, Holle. Versteck die Gurken unter seiner Zunge. Der Burger ist fertig für Oggi. Der erste Biss, der ist mir schon festhalten. Ist mir eine Ehre, Bro. Ist mir eine Ehre. Freunde, der erste Burger ist ready. So sieht das Teil aus. Können wir einen Applaus haben, bitte dafür? Applaus, Applaus. Yeah. Meine Damen und Herren, der offiziell Erste Biss. Er liegt so schön in der Hand. Boah, der läuft auch immer so sexy Essen-Debios. Danke dir. Ey, wow. Das ist der Gemüse, den er unter den Burgern getestet hat. Du wirst nichts aufzusetzen haben. Eine ganz, ganz kaka 10 von 10. Danke, dass ihr was gemacht habt. Danke, dass ihr was gemacht habt. Ey, freut euch auf diesen Burger. Also, das ist lang, ja? Was geht? Alles weg. Seid ihr ready, um ein bisschen zu warten? Habt ihr Hunger mitgebracht? Sehr gut. Hast du gesehen, wie lang die Flange ist? Nee, ich sehe es nicht. Das ist ja das Ding. Hier sind wir ready, oder? Bremse, Bremse. Das ist eine Gruppe, die heute kam und in diesem Van dort hinten gepennt hat. Seid ihr da? Das hat versprochen. Komm mal her. Guck mal, was was ist das? Alter, ihr seid hier hinten, Alter. Ihr habt vorfängst. Ihr habt euch den ersten Burger verdient, Leute. Kuss getraut, aber auch Kuss getraut an alle von euch, dass ihr da seid. Hiermit ist das Starburger Pop-Up eröffnet. Danke dir, Lüge. Mega korrekt. Ja. Ja, ja, ihr dürft rein, ihr dürft rein. Oh, 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 oh. Das ist die eigene Stücke, ne? Ey, benimmt euch kurz. Benimmt euch kurz. Hey, hey, hey. Wunsam. Alter, derger. Drummau, Schwabla. Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Bruder. Sehr gut. Richtig krasse, wenn ihr in L.A. seid ihr was probiert habt vor der Win Burger. Zehn von zehn. Ah, okay. Auf jeden Fall zehn. Ich sag 9,2 von zehn. Warte, 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 der Mann hat was zu sagen. Ich könnte jetzt keinen besseren sagen. Ah, okay. Mh. Hey, hey, du hast gerade Lob bekommen von Lukas. Eigentlich habe ich den anderen wie ane genommen. Ach so? Wie ist die Laune in der Küche? Bruder. Ich schlafe in Ehrlichkeit. Hey, warte mal, warte mal. Wie ist die Laune in der Küche? Bruder. 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 Das ist so geistig krank. Das ist geil. Bruder, Ozan, hör mal auf zu lachen. Ist gut? Jetzt werden wir nicht aus Köln bekommen. Schmeckt sehr gut. Der Burger ist eine Frechheit. So gut, das ist nicht normal. Wir wissen das noch zu schätzen. Wer hat hier seine Zwiebeln rausgenommen? Boah. Aber die haben noch Dates. Der hat noch Dates. Schön, dass ihr da seid. Schön ist die Leitung. Bis 45.000. Millionen. Danke. Sehr, sehr gut zu machen. Wie lange bist du hergefahren? Sechs Stunden, weil du bist aus Köln, gell? Ja, lecker. Und sehr saftig. Ich höre, Carlo, du bekommst einen Burger schneller als jeder andere. Auf Wiedersehen. Das ist ganz brutal. Ich küsse euer Herz. Habibis, das ist wirklich giftig geworden. Und auch mein Changer fürs Burger Game. Das ist schön gesagt. Hast du jemals sowas gegessen? Nein. So einen Burger? Nein. Was sagst du zum Burger ehrlich? Das ist der Burger, den ich jemals gegessen habe. Ohne Witz. Ehrlich? Ohne Witz. Ein glücklicher Mann. Ich bin da, wo ich hingehöre. Ja. Also, ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen. Es ist tatsächlich ein Burger, wie du gesagt hast. Ich habe ihn in dem Stall noch nie gegessen. Und ich kann diese Daseinsberechtigung, in welchem Raum war das nochmal? Welchen Raum wird das so serviert? Kalifornien. Kalifornien, ne? Kann ich absolut verstehen. Für mich ganz neu. Und absolut geil, frisch, lecker. Von mir kriegst du neun von zehn Punkten. Kriegst du von mir? Neun von zehn Punkten. Du weißt, wie schwer das bei mir ist. Und das von Lukas selbst gemacht. Saft. Das von mir ist schön. Ich glaube, das schmeckt weil ich Hunger habe. Also, nur das Ding. Wow. Hey, wer hat diese Burger gemacht? Wer fragt? Wer hat diese Burger gemacht? Wer fragt? Ich. Ich. Verdammt gut. Ja. Gut, ihr müsst unbedingt da kommen und das probieren. Heute am Abend gibt es noch die Möglichkeit. Unbedingt heute kommen. Oder? Oder? Wlad, wann ist dein Burger Festival? 1. Juni, Samstag.